Du musst einfach mehr Selbstvertrauen haben. Ja, ach, da wird ja selber nicht draufgekommen, der Typ. Ja, aber wie? Wie? Das Model und das Biest, wer kennt das? Also wo irgendwelche nerdigen Typen dann von Models gecoacht wurden, wie sie bei Frauen besser ankommen können. So, und in dem Fall war das dann so, weißt du, da war so ein Typ so total... Hat sich praktisch völlig unwohl in seiner Haut gefühlt. Und dann kam die her und hat gesagt, du musst einfach mehr Selbstvertrauen haben. Ja, ach, da wäre der selber nicht draufgekommen, der Typ. So, ja, aber wie? Wie? So ähnlich ist es mit Charisma, deswegen mache ich diese Analogie oder Selbstbewusstsein. Entschuldige, dass ich da gegrinst habe vorhin gerade. Nein, du darfst das, ich habe ja dafür bezahlt. Schau, Charisma heißt wörtlich übersetzt von der Herkunft Geschenk Gottes. Es ist aber kein Geschenk Gottes, sondern es erarbeitest du dir. Und es sind genau genommen fünf Punkte, über die du es dir erarbeitest. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber einer davon ist, du nimmst dir etwas vor und setzt es durch entgegen aller Widerstände. Das ist einer davon. Und wenn Leute das sehen, dann sagen die, aber dieses, ja, du brauchst mehr Selbstvertrauen, ist natürlich ein nicht anwendbarer, völlig überfordernder, sehr hilfreicher Satz. Das ist so ähnlich, wie wenn du einfach einen Sohn hast, der schreibt immer Sechsen in Mathematik und du sagst ihm dann, du musst einfach besser in Mathematik werden. Sag das einmal zu ihm und du hast dich gerade als Führungskraft völlig ins Aus gestellt. Weil er denkt sich, der Typ versteht mich ja gar nicht. Freunde, wir brauchen mehr Umsatz. Ach, wirklich? Da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Also manche Sachen solltest du eben nicht machen. Wenn du ein Unternehmer und auch eine gute Führungskraft sein willst, musst du wirklich viel an dir arbeiten. An deinen Fähigkeiten, an deinen sozialen Kompetenzen, an Persönlichkeitsentwicklungen und so weiter, was auch immer das wieder wäre. Okay, aber du musst wirklich an dir arbeiten, weil du bist Vorbild und du wirst imitiert. Gut wie schlecht. Also damit hast du völlig recht. Genau, jetzt haben wir noch das Thema Selbstbewusstsein. Das ist auch so ein schöner Ausdruck. Wenn du jemandem sagst, du brauchst mehr Selbstvertrauen, dann geht es noch. Aber sag bloß nicht, du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Die Frage aller Religionen und aller Philosophen. Auf dem griechischen Apollo-Tempel steht oben Gnoti Seaton. Erkenne dich selbst. Die Frage aller Fragen ist, wer bin ich? Das ist die Frage, die alle Philosophien gemeinsam haben. Wer bin ich? Und seit zehntausenden von Jahren rätseln sehr intelligente Leute darüber, wer bin ich? Und Selbstbewusstsein bedeutet zu wissen, wer ist ich? Und das ist so ungefähr das, was du ganz an der Spitze der Pyramide mal erreichst und nicht unbedingt mit 15 oder mit 20 oder mit 35. Wenn du mal wirklich weißt, wer bin ich? Und da musst du auch sehr hart für arbeiten. Also deswegen, Selbstvertrauen ja, Selbstbewusstsein würde erfordern, dass du praktisch dich über die letzten 10.000 Jahre Philosophie erhoben hast und wirklich weißt, wer du bist. Das ist nicht ganz so einfach. Ist aber schaffbar. Ich sag mal, hier ist die Geburt. Hier ist die Gegenwart. Demnächst wird die Endversion des Eisberg-Booklets veröffentlicht. Das ist dann sehr viel ausführlicher noch als das, was ihr kennt. Da stehen also auch die ganzen Beispiele drin und die ganzen Filter und was einen beeinflusst und so weiter und so weiter. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Also das sind alles Faktoren, die dich beeinflussen können. Aber jemand, der in der Gegenwart vorsichtig ist, der hat vereinfacht gesagt, Angst, Schaden anzurichten. Er mag zwar sein, dass er denkt, dass ihm geschadet wird, aber er hat hauptsächlich Angst, Schaden anzurichten. Und in seiner Vergangenheit hat er Schäden angerichtet. Und in dieser Vergangenheit gibt es Bewertungen, Abwertungen und Referenzwerte. Ich mache da mal ein Beispiel über einen Referenzwert. Euch ist klar, dass bei Unternehmern, die pleite gegangen sind oder auch bei Selbstständigen, die pleite gegangen sind, die Selbstmordquote sehr viel höher ist als bei durchschnittlichen Menschen. Ist nachvollziehbar, oder? Ist klar, wenn du mit Schulden und so weiter. In Deutschland. Weil der Deutsche sagt, oh Gott, wenn ich pleite gehe, bin ich ein Loser. In Amerika ist da die Kultur ganz anders. Da sagen die, wenn du nicht fünfmal pleite gegangen bist, hast du nichts gemacht. So der eine begeht Selbstmord, weil er pleite geht und der andere sagt, ich beginne langsam Fortschritte zu machen. Gleicher Feedback-Loop. Gleiches, was passiert. Völlig andere Wahrnehmung davon. Referenzwerte. Du hast aber auch noch das Thema Erwartungen. Stell dir vor, also das, was ich erzähle, das kannst du auf Mitarbeiter, Privatleben und so weiter alles anwenden. Stell dir vor, du hast einfach Erwartungen, die völliger Schwachsinn sind. Die sind nicht machbar. Als Beispiel klassische Erwartungsfehler in der Führung. Ich sage einem Mitarbeiter einmal etwas und ich denke, er tut es dann. Nein. Du musst es siebenmal wiederholen und du musst es durchsetzen, solange bis es eine Gewohnheit wird, weil es noch nicht in der Komfortzone ist. Dein Job ist, über Anweisungen so oft durchzusetzen, bis es für den anderen ein Walk in the Park ist. Jetzt, gibst du die Anweisung auch noch mündlich, anstatt schriftlich, ist praktisch Chaos vorprogrammiert. Jetzt denkst du aber, ich sage es einmal und dann macht er das ja. Eine Frage, wer von euch hat sich schon mal gedacht, Mensch, ich müsste mal mehr Sport machen. Sehr gut, wer von euch hat sich gedacht, Mensch, ich müsste mal abnehmen. Sehr gut, wer von euch hat sich sonst irgendwelche guten Vorsätze gemacht. Wer von euch hat dann vielleicht den einen oder anderen nicht völlig umgesetzt. So, das heißt, du hast es dir selber gesagt, ich sollte das tun. Du hast es dir selber gesagt, ich sollte es tun und hast es trotzdem nicht umgesetzt. Jetzt kommt ein anderer, der deine Referenzwerte gar nicht kann, der dich nicht versteht, von dem du denkst, der hat eh keine Ahnung, wie ich ticke. Als Mitarbeiter kommt ein anderer, der sagt dir was und du erwartest, dass der es dann gleich ausführt. Es kann also sein, dass dieser Typ Schäden angerichtet hat. Es kann aber auch sein, dass ihm nur eingeredet wurden. Es kann sein, dass er denkt, er wäre schädlich und es sind einfach falsche Referenzwerte. Oder er hatte einfach nette Leute um ihn herum, die ihm die ganze Zeit gesagt haben, schau mal, wie du schadest, um ihn klein und gefügig zu halten. Oder es gab noch Leute, die wollten, dass er Schiffbruch erleidet, das gibt es sehr oft, und haben ihm ein bisschen Feuer gelegt und ein bisschen Bein gestellt. Und er denkt jetzt, das wäre alles seine Schuld. Aber in Kurzform, was du eigentlich noch machen kannst, ihm das ins Bewusstsein führen. Im ersten Schritt, im zweiten Schritt hierfür sorgen, dass er A macht und A dann auch Wirklichkeit wird. Unter deiner Führung. Das heißt, du steckst dir mit ihm gemeinsam ein Ziel und dann hilfst du ihm, dass er es erreicht. Und das machst du fünfmal und dann geht seine Angst weg und dann kommt sein Selbstvertrauen zurück. Weil was ist Selbstvertrauen? Das ist Vertrauen in die eigenen Entscheidungen und deren Umsetzung. Dein Alex Fischer Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020